ja was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von doom so lasst mal schauen was wir machen können leute lasst mal schauen was wir machen können ich muss irgendwie in diesem spiel weiter kommen ich weiß ehrlich gesagt nur nicht wie und das ist momentan mein größtes ding kann ich irgendwas aufbessern kann ich nichts aufbessern ich muss kurz schauen ich glaube eher nichts sieht nicht danach aus mir fehlt ein waffenpunkt wie kann das bitte sein ok maximal habe ich schon erreicht das ist nicht gut das ist nicht gut ist wieder bereit ist bereit fack fack mich fack mich ich habe miss gebaut Ich hab Mist gebaut Der Motherfucker denkst du du kannst mich holen? Wo bist du? What? Fuck? Fuck me, fuck me, fuck me Gib mir bloß Gesundheit Oh fuck, der ist dabei Der Felsack ist dabei Der Felsack ist dabei Der Felsack ist dabei Okay, wir müssen umbauen Der Motherfucker hier Was ist das? Wie kommt er denn da? Wie kommt er denn bitte? Wie kann das sein, dass er da voll weg kommt? Fuck me Motherfucker Wartet ruhig, 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 ruhig Raus, raus, raus Yes Kommt her, Motherfucker Kommt her, kommt her Der Bull Der Bull Der Bull Der Bull Der Bull Nicht der Bull Scheiße, ich hab nicht Position Quack, 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 quack Was ist das? Oh Motherfucker, was ihr seid Geht mir alles Leben, was ihr habt Ich hab ihn doch voll reingehauen Ey, das kann nicht wahr sein Ich pass das nicht Ich pass das im Leben nicht Ich pass das nicht Ich pack das nicht Ich pack das hier nicht Ich pack das im Leben nicht Ich pack das Verpist die von mir Was bitte? Ey, das kann es nicht Ich fass das nicht Boah, hab ich irgendwas? Ich hab gar nichts mehr Ich fass das hier nicht Ich fass das hier nicht Ich fass das hier nicht Leute, lasst mich das doch irgendwie schaffen wo ist der? Dämonenpräsenz eliminiert Das puto käme mir wieder perio das Boah, ich habe keine Munition mehr, ich habe alles verbraucht Alles Bis aufs letzte, ich habe nichts mehr Und hier ist auch nichts mehr, richtig? Ach du heilige Scheiße Nö, hier ist nichts mehr Gut, wir haben Waffenpunkt glaube ich Wir haben drei Stück Dramatisch Dramatisch Wart mal Leute Wir machen kurz das hier Oder Perfekt Leute Ich brauche einen Muni Und zwar alles In dieser Tringler in dieser Welt als das Da gehe ich jetzt erstmal nicht rein Oh, danke lieber Gott Oh, das ist Pretty nice Oh mein Gott Achso Okay, got it Also Wir haben keine andere Wahl als Wo muss ich rein? Ich habe doch gerade hier irgendeine Tür gesehen Ah, richtig Oh Oh, fuck me Oh, fuck me Oh, fuck me Das ist extrem Das ist Haste Das ist Haste Das ist Haste Wieso stirbt der dadurch nicht? So, ich habe jetzt mein Haste Wo ist der? So, Shotgun bitte Quasi meine stärkste Waffe Quasi meine stärkste Waffe als das ist Okay, okay Plasma, nicht Plasma Ich habe gedacht Ich habe gedacht Ich habe immer der Fakker hinten Wollt Fuck, jetzt geht's Was ist hier los, Alter? Oh nein Du bist auch, Bich Dämonenpräsenz eminiert, abregelung aufgehoben. Jesus fucking Christ. Okay, folks, what's next? Ich weiß jetzt allerdings gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Von da bin ich gekommen. Got it. Ah, hier drauf drücken, glaub ich, oder? Okay. 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 Das war's. Okay, wir sind hier. Einmal rundherum. Ne, nicht wirklich. Daniel, er hat sie zu seinem Grab geführt. Bitte, wir schaffen es. Versprochen, das Tor wird wie geplant geöffnet. Ich muss, glaube ich, hier draufdrücken. Kann das sein? Okay. Okay. Dieses Mal machen wir was anderes. Wir gehen auf Munition. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich bin komplett voll. Oh, das wird hier nicht gut ausgehen. Ich weiß nicht warum, ich habe so ein ganz mieses Gefühl gerade. Ich habe irgendwie so ein ganz mieses Gefühl, als würde hier gleich die Pali abgehen. Ich kriege nicht umsonst das Ganze. Ich kriege das hier nicht alles umsonst. Okay, das ist ein armes, glaube ich, nichts weltbewegendes. Okay, Leute, was ist hier los? Pali-Time irgendwie, ne? Boah, mach mal das Licht aus, bitte. Der Schmelztiegel. Danach hat sie gesucht. Rega, hast du den Ort? Ja, er befindet sich in einer unbekannten Region im Reich des Titanen. Aber für ein Portal muss ein weiterer Argent-Akkumulator bersten. Der einzige Akkumulator in diesem Sektor befindet sich in Exemplar CD 587. Du musst ihn entfernen. Sobald du den Akkumulator entfernt hast, wird er instabil. Dadurch sollte ein Riss entstehen, der dich in ihre Welt bringen kann. Mit dem Kettensystem, das ich in deinem Anzug hochgeladen habe, können wir deinen Ankunftsort bestimmen. Du musst den Schmelztiegel bergen. Ohne ihn können wir den Brunnen nicht versiegeln, um das Höllenportal hier auf dem Mars zu schließen. Ich habe zu tun, was? Oh, er hat's gone. Ich habe das, er ist f***ing gekommen. Mothafuck, get off me. Get off me. Round, 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 we go. Was? 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 Das ist kaputt, was ich hier mache. Ok, 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 gott, gott, gott. Oh, die Intention nimmt da so ein bisschen zu. Oh, ich muss hier weg. Ok, 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 gott. Schön, ich bin angecampt nach vorne. So liebe Leute, ich mache hier mal einen Folgen. Bis zum nächsten Part von Doom. Haut rein und tschüss. So liebe Leute. So liebe Leute. Das ist hier. Auf Wiedersehen.